Darum solltest du niemals Sims 4 spielen. Wenn du Sims 4 spielst, erstellst du dich selbst als Sim. Wenn du dich selbst als Zimmer stellst, merkst du, dass du zu wenig Geld hast. Wenn du zu wenig Geld hast, cheatest du. Wenn du cheatest, kannst du dir alles kaufen, was du willst. Wenn du dir alles kaufen kannst, was du willst, musst du auch nicht mehr arbeiten gehen. Wenn du nicht mehr arbeiten gehst, ist dir langweilig. Wenn dir langweilig ist, dann suchst du dir Freunde. Wenn du dir Freunde suchst, findest du deine große Liebe. Wenn du die große Liebe findest, wirst du heiraten. Wenn du heiratest, bekommst du ein Kind. Wenn du ein Kind bekommst, bist du immer müde. Wenn du müde bist, bist du unachtsam beim Kochen. Wenn du unachtsam beim Kochen bist, fängt es an zu brennen. Wenn es anfängt zu brennen, dann kommt die Feuerwehr. Wenn die Feuerwehr kommt, dann verliebst du dich in den Feuerwehrmann. Wenn du dich in den Feuerwehrmann verliebst, dann fängst du eine Affäre mit ihm an. Wenn du eine Affäre mit ihm anfängst, bist du oft bei dem Feuerwehrmann zu Hause. Wenn du oft beim Feuerwehrmann zu Hause bist, findest du irgendwann seinen Folterkeller. Wenn du seinen Folterkeller findest, willst du natürlich zur Polizei gehen. Wenn du zur Polizei gehst, wird der Feuerwehrmann dich aufhalten. Wenn der Feuerwehrmann dich aufhält, landest du für immer in seinem Folterkeller.